Rudolf Rudi Bommer ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler und aktueller Fußballtrainer. Karriere Bommer spielte von 1976 bis 1996 in 417 Spielen in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf bei Uerdingen und Eintracht Frankfurt. Dabei erzielte er 54 Treffer. In der deutschen Nationalmannschaft war der Mittelfeldspieler 1984 sechsmal aktiv und stand bei der EM 1984 in Frankreich im Kader. Bommer spielte bis zum Jahr 2000 auch als Spielertrainer. Am 26. Oktober 2000 wurde Bommer Trainer des damaligen Regionalligisten Wacker Burghausen. Er führte die Mannschaft 2002 zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und sicherte dort zweimal den Klassenerhalt. Anschließend wechselte er 2004 zum Bundesliga-Absteiger TSV 1860 München, von dem er am 15. Dezember 2004 wieder entlassen wurde. Ab dem 31. August 2005 wurde Bommer Trainer des 1. FC Saarbrücken in der 2. Bundesliga und führte die Mannschaft zwischenzeitlich aus der Abstiegszone heraus. Am 3. Mai 2006 nach einem 0 zu 4 gegen Kickers Offenbach wurde er als Cheftrainer in Saarbrücken beurlaubt. Eine Rolle bei der Entlassung spielten auch Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum MSV Duisburg. Ab 8. Mai 2006 war er Trainer des damaligen Bundesliga-Absteigers MSV Duisburg. In der Saison 2006-07 erreichte er den dritten Tabellenplatz und führte die Mannschaft zurück in die Bundesliga. In der nächsten Saison stieg der Klub wieder ab. Nach schwachem Saisonstart in der 2. Bundesliga wurde Bommer am 9. November 2008 entlassen. Nach einiger Zeit ohne Engagement als Trainer wurde er zur Saison 2011-12. erneut als Trainer von Wacker Burghausen vorgestellt. Er löste seinen Vertrag zum Jahresende 2011 wieder auf und unterschrieb beim FC Lenergie Cottbus einen bis zum 30. Juni 2013 gültigen Vertrag, der bis zum Saisonende 2014 verlängert wurde. Nach vier sieglosen Spielen wurde er am 5. November 2013 entlassen. Am 19. Oktober 2015 kehrte Bommer als Nachfolger von Slobodanko Miljenovic kurzfristig auf die Trainerbank des bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg zurück. Seit 1. Januar 2016 ist der Cheftrainer des Hessenligisten SC Hessen Dreieich. Erfolge als Spieler Finale im DFB-Pokal 1977-78 Still mit Fortuna Düsseldorf Sieg im DFB-Pokal 1978-79 Still mit Fortuna Düsseldorf Finale im Europapokal der Pokalsieger 1979 mit Fortuna Düsseldorf Sieg im DFB-Pokal 1979-80 Still mit Fortuna Düsseldorf Dritter Platz in der Bundesliga 1986 mit Bayern 05 Fürding Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen 1988 Dritter Platz in der Bundesliga 1993 mit Eintracht Frankfurt Erfolge als Trainer 1994-95 Aufstieg in die Regionalliga mit Eintracht Frankfurt Amateure 2001-02 Aufstieg in die 2 Bundesliga mit Wacker Burghausen 2006-07 Aufstieg in die Bundesliga mit dem MSV Duisburg 2001-03-2014 2001-526